wartet man wenn man ab hier steht das ist eine interessante frage das kommt wahrscheinlich darauf an wie schnell die darin den waffenschein anschauen wenn wir uns nicht anstellen das klappt mit 20 ok ich bin da der herr von dem orangen italien gtb bitte ich glaube ich habe die schlange zwei und ac in sein buggy das ist wahnsinn das ist wahnsinn wie die einem das geld aus der tasche ziehen es geht so schnell ja das ist wahrscheinlich das erste oder es wird alles ok wieso denn wieder ich leute leute scheiße oh nein ich bin rausgesprungen muss ich auch bestimmt mit dem anderen fahrzeug reinfinden aber ich brauche 200 dollar gut zu wissen ich bin am taun hängen geblieben oh mein gott 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 pippa oh oh oh